Ja, jetzt nimm's. Ohohoh, jetzt legt der Panzer erstmal aufm Kopf. Aber nicht schießen. Mach da, wo du vorhin warst. Da drüben, da am... direkt am... Ich seh nix mehr, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Folge meiner Stimme. Oh Gott. Entschuldigen Sie, Herr Panzers, ja? Du, hier drüben. Äh, ich bin in dem Laden. Du bist da reingerammt, oder was? Ah, nee, Erik. Mein Fahrrad liegt in dem Laden. What? Mein Fahrrad ist da drin. Hier drüben, ich bin hier. Ey, mein Fahrrad ist in dem Eisladen. Ihr musst du nicht... Ihr musst... Fahr hierher und dreh dich im Kreis. Ey, Lena. Wie krieg ich denn mein Fahrrad da jetzt aus? Aua. Ich bin tronk. Dann mach ich ja das, was ich am besten kann. Was? Das ist der Weg, weil er sich dachte, er hätte jetzt geschossen. Ich dachte es auch. Äh, warte, ich bin gleich da. Ach nein, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich bin auf der Karte, wie sich dein Panzer im Kreis dreht. Gott, bitte flieg nicht in die Luft, Panzer. Ich bin da, wo bist du? Äh, wozu meinst du bist du? Bist du runter? Wie bist du da runtergekommen? Warte, ich springe in 3, 2, 1, jetzt. Fäch doch mal. Warte, ich... 3, 2, 1, jetzt. Äh, what? Warte, ich muss mich ausführen. Boah, Gott. Ich muss mich... Das nennen wir Waschbär-Baseball. Ey, fahr mal so ganz langsam an mich ran und hau mir mit dem Rollenkorb. Das nennen wir uns nicht so ganz langsam an mich ran und hau mir mit dem Rollenkorb. das verfickte BMX zurückhaben. Gucken wir nachher, ob wir ein Fahrrad finden oder so. Hä? Ich bin einfach... Ich bin einfach den Turm hochgeklettert. Shit. Ja, da kommt jemand. Hau hier einen auf den Kopf. Alter, Erik. Ihr wolltet doch nur bräunen. Na gut, jetzt wirst du gebräunt. Okay, wir lassen mal quickscopen und zwar so. Sehr quick gescoped. Hit, hit, hit. Fuck. Ich will die Typen treffen, während sie laufen. Oh. Oh, Mauro. Äh. Ich bin einfach da. Mach dein Panzer grad bieb, bieb, bieb. Jo. Schon ein bisschen beschädigt, he? Wollen wir nochmal hin und her dann ganz schnell. Okay, wir müssen es irgendwann aber nochmal aufnehmen, wo ich ein BMX dabei habe. Nein, das ist eigentlich gar nicht so. Warte mal, ich kümmer mich mal kurz um die Cops. Warte mal, ich auch. Mechaniker geht nicht ran, weil ich mich auf die Fresse gelegt habe. Ich hab mich auf Flaschbebisch um die Cops gemacht. Okay, gut. Ich hol mein BMX. Hey there, sweetheart. Please, right. Yeah. Äh. Lehnert. Ja? Bin gleich da. Aua. Wenn ich mich nicht auf die Fresse lege. Geh mal, mach ich mal kurz pissen. Lehnert. So. Ich kann es nicht wegrammen. Ha. So etwas schnell. Können wir, kannst du mal die Cops deaktivieren? Damit wir Baseball spielen können. Wenn man Panzer explodiert, ist er ohnehin jetzt, darf ich. Ja, muss ich aber einen neuen holen. Okay. Bist du zu? Toll. Nein, mein BMX brennt. Ah, ich renne einfach durchs Feuer, weil ich kein Kotron über meinen Typen habe. Ah. Okay, alles gut. BMX geht's gut. Was? Ich bin gegen dein Rohr ge... Nein. Ah, nee. Beim BMX ist nichts passiert. Wieso habe ich das in der... Wieso habe ich in dem Moment die Aufnahme beendet, indem du darunter fällst? Äh, du durftest? Ja. Ich guck so auf die Karte, denkst du, wo ist eigentlich der? Ach Gott. I just got killed. Au, hi. Panzertyp. Hattertyp, Panzertyp, was? Panzertyp. Gang attack, ah, ich hab da nur einen Fall. Oh Gott. Oh, was? Soll das denn für eine Waffe? Jetzt müssen wir uns da auch noch da durchkrotzen, ja. Aro, ich glaube, der wird zu hässlich werden für den Panzer, wenn ich jetzt mein Rohr drehe. Oh, Alter. Ich kann ja gar nicht so lang zugucken. Ich kann ja gar nicht so lang wohnen, oder wer ich bin gerade. Hahaha. Hahahaha. Uh. Oh, oh. Hahaha. Ohohohohohohoh Du bist wieder gerade. Oh Gott, jetzt nicht mehr. Jetzt bist du auf dem Kopf. Ja, auf dem Dach? Ja. Ich darf dich das nicht verachten. Ach du Scheiße. Du bist seitlich. Oh, du hast mich zu matscht. Also ich lebe noch. Ich habe keinen Schaden bekommen. Jetzt liegst du wieder halb auf dem Dach. Ich würde, wenn ich du... Aua. Ich würde, wenn ich du... Oh Gott. Ich würde, wenn ich du wieder mal rausfahren. Ja, wie denn, wenn ich nicht raus kann? Du kannst schon raus. Wenn du jetzt einfach gerade ausfährst, um in dein Rohr zu drehen. Nur mal ein Rohr stillhalten. Alter, wieso ist denn mein BMX da hinten gelandet? Warte, schon immer da hinten? Äh, wo fährst du jetzt hin? Auf meiner Karte fährst du gerade jetzt Wasser. Scheiße. Bleib mal draußen, wir wollen doch ein bisschen... Oh Gott. Beste Idee ever. Aua. Was geht, ich spiele jetzt eh nix. Wie liege ich? Was liege ich? In welche Richtung muss ich mich drehen? Oh, ich sehe... Am besten in alle Richtungen gleichzeitig. Und du steckst nämlich absolut fest. Oh Gott, wie bist du... Dass du da wieder annäherndsweise rauskommst. Jetzt raus mit dir, wir wollen ja... Baseball spielen. Naja, das war jetzt... Der Griff bestand in dem Moment voll die Explosion. Kills zwei, hey. Kills einer, hey. Mit dem Minigun hab ich den Kill geholt. Äh... Ich zahle dir das Geld ein. Okay. Komm, du schaffst das. Waschbe jubelt für dich. Waschbe kriegt auf die Fresse für dich. Jetzt gerade aus. Ja, genau so. Aua. Bestell mir noch eben so ein neues BMX. Oh, nein. Rückwärts. Kraft. Bist du wieder tot? Ja, du hast mich zermatscht. Als ich gesagt hab, fahr jetzt gerade aus, hast du... Bist du gerade ausgefahren. Ich lag mir leider drunter. Aber ich dachte, ich setz mich... Ich setz dich über das höhere Wohl. Oder mich. Oder wie auch immer man das nennt. Ah, ich dachte, ich fahr auf die Fresse. Schade. Warte, bin gleich da. Bitte nicht nochmal reinfahren. Oh, shit. Ich hätte nur so einen Patz an die Treppe hochfahren. Hallo. Autsch. Oh, Gott. Hier kommt alles mögliche Scheiß runter. Da liegt nur ein toter Lost auf der Straße. Oh, nee, zwei. Äh, Treppe. Komm mal weg da. Vielleicht reden. Komm, wie man da drüben. Bist du bereit? Stups. Äh, bald. Aber hol mal mehr aus. Zwei, zwei, eins. Oh, wie geil. Hallo. Oh, Mann. Erstmal zurückfahren. Oh, guck mal. Ja? Du machst mich voran. Oh, Mann. Oh, Mann. Box lab. Dein Typ mag es so ein bisschen im Kreis zu drehen. Oh, shit. Guck, 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 guck mal mal hier rein. Fahr mal ganz ein bisschen hinten auf meine Karre. Wie bin ich jetzt hingefallen? Fahr mal ein Stück hinten auf meine Karre. Oh, shit. Nicht so weit. Ich habe nur ein Stück gesagt. Ja. Auf ein Stück. Waschbärben steuer verbraten. Ja, wir haben Licht jetzt. Was zum Weh haben. Sehr schön, sehr schön. Guck mal eben mein Fahrrad ab. Waschbärben fallen übereinander. Waschbär, 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 Waschbärbohling. Spontan ist eigentlich am besten, wenn ich springe und du siehst es und mich dann wegrammst. Hä? Mein Typ rennt erstmal weg. Scheiße. Wir machen sofort wieder, ich soll eben mein Fahrrad. Das war zu spät. Hallo Polizei, wie geht's denn so? Hey, du! Du verdammter Idiot! B****! Hast du Läster angerufen? Hm. Mein Schwanz hat auch geholfen. Ah, geil. Gut, ich muss das aufnehmen. Oh, shit. Nein, 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 BX, nein! Das war verdammt knapp. Das war richtig knapp. Das war bloß nichts, was da rein. Das war richtig knapp. Pfff, what the fuck? Mein Bike liegt da hinten auf der Straße. Wieso ist er so weit geflogen? Hinnert siehst du mich noch? Oh, wow. Ja. Hinnert sie, wie weit das Bike geflogen ist? Au. Hör nur mein Bike aufheben, flieg schon wieder weg. Was siehst du denn da an? Dunk. Hä? Ah, genau. Gute Idee. Hol mal richtig Schwung. Mach mal... Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ich sag dir, was du tun musst. Du holst Schwung von... Warte, du gehst direkt neben mich. Geh ganz nah neben mich. Und jetzt drehst du um 360 Grad in die eine Richtung. Vielleicht ein bisschen schneller. Warte mal, ich hab doch Platz auf meinem Mauspad. Geht nicht so gut. Echt? Sehr gut. Warte, vielleicht geht's besser, wenn ich mit dem ganzen Körper da bin. Dann muss ich mich so hinknien. Naja, ich kann aber Schleichmodus. Ja, genau, ein bisschen höher. Wie geht das denn nicht so? Wieso? Müsste gehen. Warte, wenn wir im X-Pro... Soll ich nur 669... Achso, wegen Lester anrufen, scheiße. Geld. Muss langsam pleite. So wie ich. Muss ein bisschen höher ziehen. Dunk Dunk. Kannst du den Erik jetzt wieder? Mein Fahrradtubel sind noch der Wiss. Oh, ho, 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 ho. ich finde es genial ich habe ein paar Pender gegrindet die uns an der Brücke saßen hat Spaß gemacht diese Links-Rechts-Schläge sind immer im Geist das ist wie so eine nervtötende Fliege auf dem Rohr auf dem Elefanten oder so für ein Breakdance ja versuch mal meinen Kopf zu treffen oder so stell immer um beide Beine ich renne halt erstmal gegen Panzer weil ich mich kontrollieren kann was macht mein Typ da was macht der da ich drücke überhaupt nichts ich habe nichts gedrückt der rennt einfach von selbst voll cool hast du das mit dir auch so gesehen dass du durch einen Kreis geflogen bist? nein das sieht bei dir immer so aus du hast voll so einen Kreis so zweimal geflogen ja kenn ich sah bei Erik auch so aus dass du ihn in der Gegend rumgewirbelt hast guck mal jetzt richtig Anlauf oh Gott einfach das Rohr ruhig halten und richtig Vollgas geben ich sag ok ich sag das Rohr ruhig halten und es gedreht ok jetzt hast du mit dem Panzer geschlagen stein mit dem Rohr so jetzt wo bist du denn Lenard? wir sind neben dem Pier rechts davon ouch ich weiß nicht wo du hin willst what the fuck guck mal zum Pier hoch hoch ich hab dich getötet das waren zu viele verdammte Rohre den kommten Erik angefahren wenn das sehe ich wieder nicht oh sheesh und der fährt mich auch noch wenn schon denn schon